Hallo liebe Landwirte und Berater, Sie wollen Ihre Futterkosten je Kilogramm Milch senken und den Gewinn der Milcherzeugung steigern, um dadurch die in der Milchkrise entstandenen Finanzlöcher so schnell wie möglich zu stopfen? Mein Name ist Rainer Möller von Möller Agrarmarketing und ich entwickle Apps und Excel-Tools für unternehmerisch denkende Landwirte. Mit dem weiterentwickelten Milchcheck 2017 sehen Sie, wie Sie die Futterkosten je Kilogramm Milch in 60 Sekunden kontrollieren. Dadurch wissen Sie genau, wo Sie stehen und können Ihre Futterkosten und den Milcherlös Stück für Stück optimieren. Warum das so wichtig ist, zeigt eine Zahl der Rinderspezialberatung Schleswig-Holstein. 23,5 Bei 23,5 Cent pro Kilogramm Milch lagen 2015 die Futterkosten inklusive Nachzucht im Durchschnitt der Betriebe. Die Unterschiede zwischen den Betrieben sind erheblich. Dies zeigt das große Einsparpotenzial, das Sie unbedingt nutzen sollten. Aber legen wir los. In der Basisversion arbeiten wir mit einer Fütterungsgruppe. Tragen Sie einfach Datum, gemolkene Kühe, erzeugte Milchmenge, Milchpreis und Inhaltsstoffe ein. Im zweiten Schritt geht es um die Futterration. Hier tragen Sie in den drei Blöcken Grund-, Kraft- und Saftfutter die Komponenten ein. Und zwar Menge in Frischmasse, Preis und TS-Gehalt. Die Namen der Futtermittel können Sie einfach ändern. Das war's. Wenn Sie die Produktionskosten des Grundfutters nicht genau kennen, schauen Sie einfach in Ihre letzte Betriebszweigauswertung oder sprechen Sie mit Ihrem Berater. Eine Kalkulationshilfe stellen wir Ihnen auch gerne zur Verfügung. Für die Berechnung des täglichen Kraftfutterbedarfs, zum Beispiel bei einer Teil-TMR, haben wir unten eine Nebenrechnung vorbereitet. Tragen Sie einfach Lieferdatum und Menge ein und durch das nächste Lieferdatum berechnen wir den täglichen Verbrauch. So, jetzt sehen wir alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick. Die Futteraufnahme, die Futtereffizienz, also die Milch, die Sie erzeugen je Kilogramm Trockenmasse und die Milchleistung je Kuh und Tag. Milchleistung mal Milchpreis ergibt den Milcherlös. Minus Futterkosten ergibt den UFC, Income over Feed Cost. Was bleibt vom Milcherlös über, wenn Sie die Futterkosten abziehen? Diese wichtige Kennzahl erkennen Sie im Diagramm. Genauso wie die Futterkosten je Kilogramm Milch, in diesem Fall ohne Trockensteher und Nachzucht. Das Diagramm finden Sie weiter oben neben der Eingabe der Basisdaten. Und zusätzlich erkennen Sie noch den Kraftfutteraufwand je Kilogramm Milch. Das war's fast mit dem ersten Teil. Schauen Sie sich unbedingt auch das zweite Video an. Denn darin sehen Sie, wie schnell und einfach die zweite Analyse geht. Und ich behaupte, diese dauert nicht länger als 60 Sekunden. Und wenn Sie jetzt sagen, unmöglich, beweise ich Ihnen gleich das Gegenteil. Wenn Ihnen das Video gefällt, klicken Sie jetzt unter dem Video auf Daumen hoch, damit noch mehr Milcherzeuger davon profitieren. Und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, damit Sie kein Video mehr verpassen. Denn wir machen Videos für erfolgreiche Landwirte. In den nächsten Tagen startet unsere neue Aktion. DSDF. Deutschland senkt die Futterkosten. Darin berechne ich für Milcherzeuger aus ganz Deutschland die Futterkosten je Kilogramm Milch. Ach, eine Frage hätte ich noch. Berater aus ganz Deutschland sagen mir, dass nur die wenigsten Milcherzeuger die Futterkosten je Kilogramm Milch kennen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Schreiben Sie dies gerne unten in die Kommentare. Auch wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen für neue Videos und Tools haben. Bin gespannt. Also, bis dann. Ihr Rainer Möller Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sieht es bei Ihnen aus?